Hallo und herzlich willkommen beim Video-Tutorial zur Mitarbeit in der Wikipedia. Diese Folge gibt einen ersten Einblick in das Hochladen von Bildern. Um gut zu informieren, sind Bilder unerlässlich. Sie illustrieren zum Beispiel Texte und machen Zusammenhänge leicht fassbar und gut verständlich. Damit diese Bilder nicht nur von einer einzigen Wikipedia genutzt werden können, sondern weltweit jedermann zur Verfügung stehen, gibt es ein eigenes Wiki, in dem all diese Bilder gesammelt werden. Es heißt Comments Wikimedia.org. Die Comments enthalten viele Millionen Dateien. Wenn du auch deine Bilder, Videos oder Audiodateien für die Verwendung in Wikipedia zur Verfügung stellen möchtest, solltest du sie hier hochladen. Bildrechte sind ein sehr sensibles Thema. Deshalb solltest du dich bei Bildern, die du nicht selbst gemacht hast, genau über die Lizenzbedingungen jedes einzelnen Bildes informieren, bevor du unter Umständen eine Urheberrechtsverletzung begehst. Faustregel Wenn du Medien hochladen willst, sollten sie eine der folgenden Bedingungen erfüllen. a. Du hast sie komplett selbst geschaffen b. Sie stehen bereits unter einer freien Lizenz oder c. Wiegen ihres Alters besteht kein Urheberrechtsschutz mehr. 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers erlischt der Urheberrechtsschutz. Wenn du erst kürzlich deinen Benutzerzugang zur Wikipedia angelegt hast, gilt er gleichzeitig auch für die Comments. Du kannst also zu comments.wikimedia.org gehen und dich dort mit den gleichen Benutzerdaten anmelden. Die Standardsprache der Comments ist Englisch. Sobald du die Hauptseite aufgerufen hast, solltest du ganz oben einen schmalen Kasten mit dem Satz Wikimedia Commons auf Deutsch finden. Wenn du auf das Wort Deutsch klickst, stellt sich die Oberfläche auf Deutsch um. Am einfachsten funktioniert das Hochladen auf die Comments mit dem Assistenten für das Hochladen von Dateien. Wenn du den Assistenten aufrufst, erscheint zuerst ein Comic, der erklärt, welche Bilder zu Comments hochgeladen werden dürfen. Lies ihn bei Gelegenheit in Ruhe durch und klicke dann auf den Weiter-Link am Ende der Seite. Im nächsten Schritt kannst du deine Datei auswählen und hochladen. Danach wirst du automatisch auf die nächste Seite weitergeleitet, auf der du die Rechte für die Nutzung des Bildes erklärst. Falls es sich nicht um dein eigenes Werk handelt, musst du die Quelle des Werkes und den Autor oder die Autoren nennen und die richtige Lizenz auswählen. Falls du nicht über ausreichende Rechte an dem Bild verfügst, darf es leider nicht hochgeladen werden. Nach der Eingabe der Lizenzinformationen kannst du einen prägnanten Titel und eine ausführliche Beschreibung für das Bild eintragen. Außerdem solltest du es mindestens einer Kategorie zuordnen. Beachte dabei, dass die Kategorienamen meistens englisch sind. Auf der letzten Seite des Assistenten werden dir Vorlagen angezeigt, mit denen das Bild in einen Artikel eingebunden werden kann. Kopiere die passende Vorlage vollständig und füge sie zum Beispiel in den Wikipedia-Artikel deiner Wahl ein. Es gibt noch viele weitere Informationen zum Bereitstellen und Einbinden von Bildern. Mehr findest du unter dem unten angegebenen Link auf Wikipedia. Vielen Dank fürs Zuschauen!